Euch einen an, der heißt Rocky M. Nicht zu verwechseln mit dem Rocky, der da Stallone heißt, nein. Unser Rocky M. Der kommt aus Düsseldorf und er wird euch gefallen, denn er sieht wunderhübsch aus. Und er singt einen fantastischen Titel. Den singt er wirklich. Und jetzt Rocky M. mit Hot Love. Das ist ein alter Titel, eure Eltern werden ihn sicher kennen. Rocky M. mit Hot Love. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Ooh. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020